So, Harry, Satt, guten Morgen. Hier Ortszeit in dem Gemeindebereich Porto Plata. Es ist genau 10 Uhr, ein paar Stunden vor der Hochzeit. Der Wettergott meint es heute gut. Ich stehe hier auf der Dachterrasse von unserem Gastgeber und Bräutigam vom Horst. Wir sehen im Hintergrund da das Meer, üppiges Grün, also ein traumhafter Tag, kein Wind. Die Temperaturen jetzt im Moment so 27 Grad. Ja, es ist traumhaft hier. Mal ganz was anderes. Dieses Grün wie immer nur, dieses Blaue von Strand und Meer. Ja, das sind jetzt ungefähr 15 Minuten bis Kabarett, also zum Strand. Wenn man ganz gemütlich fährt, dann sind es maximal 18 Minuten. Ja, es gibt noch viel vorzubereiten jetzt für die Hochzeit. Das heißt, die Damen, die Mädels, die müssen noch geschminkt werden und die Haare müssen noch gemacht werden. Und da muss man hier auch drei Stunden einkalkulieren. So, ich versuche noch mal hier die Schönheiten, auch dieses Anwesen einzufangen. So, und mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann und es gibt mit Sicherheit, wenn alles glatt geht, noch mal ein Strandvideo. Die Hochzeitsgesellschaft, wir machen auch noch ein Drohnenvideo jetzt von hier. Und ich sage bis später. Und ich sage bis später.